Laut einem alten Sprichwort bringt die Sonne alles an den Tag. Diese Woche steht unter diesem Motto, insbesondere was Emotionen, Wünsche und persönliche Bedürfnisse anbelangt. Sofern du diese nicht unterdrückt, dürftest du die innere Harmonie erleben. Hörst du nur das, was du hören willst? Diese Woche identifizierst du dich stark mit deinen eigenen Gedanken. Bemühle dich um ein offenes Ohr, wenn du zugleich mit deiner ganzen Persönlichkeit hinter dem stehst, was du sagst. Findest du fast für alles Verständnis. Trockene Argumentation provoziert Streit. Eine tendenziell träge Stimmung lässt dich harter Arbeit oder unangenehmer Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen. Leichter als sonst bist du für Kompromisse zu gewinnen. Die Kehrtseite dieser Fähigkeit ist leider zum Einlecken des ein mangelndes Durchsetzungsvermögen. Lass sie dich nicht zu Zugeständnissen verleiten, die du später bereust. Ja, das war's dann auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.